Herzlich Willkommen zu Spimmel Nights mit Sam Kamikaze, das ist natürlich meine Wenigkeit, und in dieser Folge nehmen wir die nächste Mission an. Vertrau auf dein Schild. Und wie ihr seht, habe ich nur das Spitzer. Alter. Alter, ich wollte die Teads. Alter. Du wurdest bedient Okay, setz 15 in vases Okay Alter, das... Der haut die einfach weg. Wie geil ist das denn? Brauch ich schnell lesen. Scheißvieh. So habe ich nie hier. Ich will den Schlag aufladen. Scheiße. Was ist das so in Abfahrt, ey? Das ist mega. Das sieht richtig fett aus. Zu groß. Ihr kleinen Hunde. Oh, fuck. Oh, ich bin eine Hoolinus. Ich bin eine Hoolinus. Das Ding haut so rein. Ich bin eine Hoolinus. 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 Drache Hunger? Na, hat der Hunger? Ja, du willst du Schinhabi-habi? Was ist der Hunger? Also, warte mal, hier steht was. Ach so, ist das. Okay. Das war's schon. Das war aber eine kurze Mission. Ich bin trotzdem nicht mehr gestorben, dass das Scheiße kommt. Komm mal näher. Da kann ich jetzt noch meinen kleinen Drache füttern und dann ist er Stufe 2. Yeah, ich freu mich. Ist mein Spiel jetzt hängen geblieben? Oder was steht denn? Das ist nicht dein Ernst, oder? Mein Spiel ist hängen geblieben. Du blöder Drecksache. Ah, meine Fresse. Das Spiel ist hängen geblieben. Na ja, na gut. Da werde ich mich hier jetzt verabschieden müssen. Ja, gut. Das war's. Bribble Nights. Und ich würde mal sagen... Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen gesegneten Tag. Das wünsche ich natürlich nicht nur... Nicht irgendeine Person. Nein, das wünscht euch. Euer Sonkami Katze. Also, bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.